Endlich naht das Wochenende, manch einer sagt sich schon, ach komm, da gucke ich mir gar nicht mehr an jetzt hier, jetzt endlich wieder mal rausgehen, die Außengastronomie ist ja wieder da und an manchen Stellen hat man den Eindruck, die Welt ist wieder völlig in Ordnung. Ist das für die Börse auch so und ist es gut, jetzt heute Nachmittag mal nicht mit dabei zu sein? Ja, das werden wir im Nachhinein sehen können, aber was zumindest mal auffällt ist, dass der Markt sich so richtig noch nicht entschließen kann für die longen Seite. So richtig toll ist es eben doch noch nicht, was wir da aktuell sehen. Das sehen wir schon an diesen Verläufen, die wir jetzt hier haben. Ich kann mal hier rauszoomen. Ich habe jetzt bewusst nochmal den Dow Jones YM nicht irritieren lassen, das ist der Future da drauf, mal angezeigt, denn da habe ich hier schon eine Grafik mit drin und wir hatten ja gesagt, wenn es richtig eine schöne Korrektur müsste bis hier hinlaufen. Jetzt haben wir aber eine geänderte Bedingung und zwar lösche ich jetzt mal ein bisschen was weg. Nein, ich lösche eigentlich mal alles weg und mache eine Sache erst nochmal wieder neu, nämlich als erstes Mal, das hatte ich hier eingezeichnet, einfach mal so zur Orientierung, die Projektion dieser Strecke auf das hier hinten drauf. Und manch einer würde sogar gar nicht von da nach da messen, sondern würde bis zum höchsten Punkt messen. Das ist jetzt vielleicht eine kleine Elliott-Wellenbesonderheit. Eins von diesen beiden wäre das sicherlich hier gewesen, aber damit sind wir eigentlich auf einer schönen Zielgröße. Vielleicht sogar noch, ihr seht das hier, Extension-mäßig, also da tut sich ein bisschen was. Jetzt machen wir noch, damit das Ganze vollwertig ist hier, machen wir nochmal die gesamte Abwärtsbewegung und dann sehen wir, da ist dann auch noch eine Fibu-Marke, die 78,6er und das ist immer so meine letzte Verteidigungsmarke. Wenn es denn wirklich korrektiv sein soll, also sprich, wenn das denn doch jetzt hier eine 1, 2, 3, nein, eine A, B, C nach oben ist, dann wäre das jetzt hier die letzte sinnvolle Chance auf die Short-Seite zu wechseln, denn dafür haben wir hier viel zu viele Marken, um das einfach so verstreichen zu lassen. Das ist sowas von ein Klassiker im Prinzip für eine Wendemarke, dass das entweder jetzt genutzt wird, dann kommt jetzt was, möglichst scharfe Abwärtsbewegung und damit dann durchaus nochmal sowas wie dieses hier ins Spiel, also dass wir eine realistische Chance haben, dass sowas in der A tatsächlich nochmal kommt. Ich weiß, das finden einige jetzt total unsexy, zeig sowas nicht, der Markt macht es, obwohl wir es zeigen oder nicht, da kennt er ja gar nichts, aber noch ist es ja nicht sicher, es ist jetzt nur das Diskussionsthema, funktioniert das an dieser Stelle ja oder nein, müssen wir damit rechnen? Ja, wir müssen damit rechnen, ist das jetzt sicher? Nein, es ist natürlich nicht sicher, weil es ist an der Börse schon sicher, aber wir sollten das mit ins Kalkül ziehen. Je mehr es nach unten geht, das heißt die Entfernung von dieser Linie ist schon mal ein Hinweis und das zweite ist eben die Art und Weise der Bewegung, funktioniert das eher so. Ihr habt das hier gesehen, vergleicht mal diese Bewegung hier, wenn das so in etwa aussieht hier, dann ist die Chance relativ groß, dass das eben nicht die starke Richtung nach unten ist und doch noch die Aufwärtsrichtung dann obsiegen wird. Die Chancen sind dafür ja nicht schlecht, aber wenn der Markt jetzt ja doch mehr beschleunigt nach unten kommt und höchstens wackelig auf der Aufwärtsseite unterwegs ist, ja dann wird es irgendwann duster, denn das Ding steht jetzt erstmal wie ein Brett da. Es ist nicht unüberwindbar um Himmels Willen, aber ob die Begeisterung zum Überwinden da ist, das werden die Marktteilnehmer zeigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, viele sagen immer, ja du bist doch der Profi, du bist doch der Analyst, du wirst doch jetzt wissen, was die tun. Nein, ich weiß das genauso wenig wie alle anderen Menschen auf der Welt. Ich kann nur erkennen, möglicherweise ein bisschen früher erkennen als andere am Verhalten, ob das ein typisches Verhalten ist für wir nehmen nochmal Anlauf oder ein typisches Verhalten ist für schnell weg, da ist eine Mauer. Und das ist das, was wir eben ein bisschen im Chart erkennen können, ob das so eine Bewegung ist oder eben ob das was relativ Wackeliges ist. Also, solange es so in dieser Art aussieht, kann es noch eine Aufwärtsbewegung sein, nämlich dann, wenn wir das wieder triggern hier auf der anderen Seite, wenn er weiter nach unten geht, immer wieder unterbrochen von kleinen Gegenbewegungen, ist das eine Fortsetzung nach unten. Eigentlich so leicht ist Traden, aber genau das ist die Problematik, weil viele eben sagen, ich habe jetzt eine Meinung, das wird doch jetzt bestimmt, geht nicht davon aus, was er jetzt bestimmt machen wird. Ich habe keine Ahnung und wahrscheinlich kein anderer Mensch auf der Welt, aber wir haben eine Orientierungshilfe an dem, wie die Marktteilnehmer sich verhalten und eins ist eben, wie der Kursverlauf hier verläuft. Und je steiler er jetzt hier weiter runter geht und als Gegenbewegung so läuft, desto mehr bleibt die Abwärtsseite im Play. Wenn er jetzt, egal wie steil, genauso steil kontert, dann ist das wieder konterkariert und der Markt wartet im Prinzip auf Korrekturbewegung, um dann das Ganze nochmal anzugreifen. Und dann wird es tatsächlich nochmal spannend, ob nicht der zweite oder der mehrfache Anlauf darauf eben den Kurs dreht. Das haben wir heute und die letzten Tage ganz häufig über den DAO gesprochen. Das ist natürlich bei vielen anderen Titeln ähnlich grundsätzlich, wobei da sind jetzt diese Marken noch relativ identisch. Hier ist es jetzt nicht ganz so passend von dem Cluster, den ich da eben eingezeichnet habe. Ich wollte euch das aber mal zeigen, denn dieses Verhaltensding, das gibt es bei so vielen verschiedenen Märkten. Achtet mal drauf, immer wenn so Fibo-Marken auf gleichem Niveau sind. Ich mache jetzt mal noch eine dazu, einfach mal so aus der Situation raus. Ihr seht, hier oben ist nochmal eine dünne Fibo-Marke. Also wir haben hier durchaus ein Konglomerat von verschiedenen Levels, die alle auf ähnlichem Niveau hier landen. Und das ist doch das, wo ich sage, da sollte man im Hinterkopf behalten, da muss er jetzt erstmal durch. Und alles, was da drüber ist, ist erstmal völlig egal. Die räumen wir ganz schnell auf. Das ist jetzt das nächste Brett, was es zu durchbohren gilt. Und das ist in der Regel nicht mit scharfen Abwärtsbewegungen und wackelig nach oben, sondern mit starken Aufwärtsbewegungen. Hatten wir jetzt eine wackelige Abwärtsbewegung und dann wieder mit einer starken Aufwärtsbewegung. Dann ist das auch ruckzuck durch aus meiner Sicht. Wo ich sage, die Chancen sind dafür relativ gut. So, also mehr kann ich in diesem Moment eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich will euch auch nicht das ganze Wochenende jetzt noch versauen mit irgendwie was. Ihr werdet am Wochenende mit Sicherheit wieder einen neuen Überblick bekommen von mir. Da werden wir dann mal schauen, was auch die anderen Indizes machen. Also freut euch auf den Beitrag. Das soll es aber mal an dieser Stelle in diesem Video gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Nachmittag und ein tolles Wochenende für die, die wir eben vorher nicht mehr in den Märkten oder wo auch immer nochmal wieder antreffen. In diesem Sinne macht es gut und liebe Grüße.